Hallo Pünkchen! Hallo Anton! Wie geht's? Gut, und dir? Gut, komm, ich hab Hunger. Okay, was hat denn deine Mutter gebacken, Anton? Kuchen mit Kakao zum Trinken. Und was hat deine Mutter gebacken? Kekse, Plätzchen und zum Trinken Multivitaminsaft. Lecker! Komm, wir gehen nach Hause, Anton. Aber wo ist der Weg? Ich glaube da. Rolle! Wir verstehen dich nicht. Ich kann Deutsch. Willst du uns den Weg zeigen? Gut. Alles gut, alles gut!